Nein, ich habe dir immer gesagt, das sollst du nicht machen, es hat keinen Sinn, hör auf, wir brauchen da jetzt gar nicht mehr darüber reden. Hallo, es ist schön wieder, dass ihr dabei seid, zuhört, zuseht zum Familienmanagement. Es kommt in den besten Familien vor. Streit, Krisen und es geht darum heute, dass wir Krisen richtig lösen, ein richtiges Krisenmanagement erleben. Auch in der Firma Familie. Konfliktbewältigung. Es geht darum, dass wir lernen müssen, konfliktfähig zu sein. Denn es gibt viele Konflikte. Und ich kann niemandem eine Käseglocke überstülpen und sagen, ob jetzt wirst du keine Probleme, keine Schwierigkeiten mehr haben. Wir haben Konflikte. Zum Beispiel, wenn wir uns ein bisschen die Konfliktfelder anschauen. Ich spreche einige an. Zum einen den Generationskonflikt. Alt gegen Jung ist ein Konfliktfeld. Und da gibt es immer wieder Reibereien und immer wieder Schwierigkeiten. Oder den Geschlechterkonflikt. Mann gegen Frau. Und immer wieder gibt es Themen, die Sie miteinander besprechen müssen. Aber in richtiger Art und Weise. Es sollte kein Kampf sein. Es sollte kein Krieg sein. Dann ist sehr oft auch der Schwiegermutterkonflikt. Eltern, Schwiegereltern mit Kindern. Oder der Nachbarkonflikt. Vielleicht kennt ihr das Lied Maschendrahtzaun, wo die Nachbarschaft miteinander kämpft um jede Kleinigkeit. Oder der Arbeitgeberkonflikt. Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Immer wieder dasselbe. Wir haben Konfliktfelder, in denen wir drinnen stehen. Und auch in den besten Familien kommt es vor. Und wenn ihr noch so liebevoll miteinander umgeht, es gibt Meinungsverschiedenheiten. Aber wir müssen nicht streiten. Wir müssen keinen Krieg führen. Wir können das kreativ lösen. Und das wollen wir heute uns ein bisschen genauer anschauen. Manche machen das so, wie hier auf diesem Bild. Sie sind wie Hund und Katz. Sie streiten auf Mord und Brand. Und jeder, der sozusagen die besten Argumente hat, gewinnt dann. Wie Hund und Katz ist man da. Und das sollte nicht sein. Wir sind Menschen in dieser Welt. Und wir sollten unsere Kinder lehren, dass man Konflikte auch kreativ lösen kann. Denn es wird immer Konflikte geben. Auch wenn sie noch so gläubige Familien sind, sollten wir lernen, die Konfliktfähigkeit zu besitzen. Wie entstehen Konflikte? Zum Beispiel an diesem Bild sehen wir es. Wodurch entstehen Konflikte? Der eine sieht es von dieser Seite, der andere sieht es von jener Seite. Der eine sagt, hier liegen vier Balken. Der andere sagt, nein, hier liegen drei Balken. Wer hat recht? Wenn man es genau anschaut, haben beide recht. Denn es ist ein interessantes Bild. Gezeichnet so, dass man auf der einen Seite vier Balken sehen kann und auf der anderen Seite drei. Es gibt also eine subjektive Wahrheit und eine objektive Wahrheit. Und manches sieht man von seiner Seite aus subjektiv. Und letztlich hat er auch recht. Man muss nur lernen, den anderen ein bisschen zu verstehen und sich hinein zu versetzen in den anderen. Und vielleicht auch das von seiner Seite aus zu sehen. Denn wenn man einen Krug hier stehen hat und ich schaue ihn von der Seite an, sehe ich was anderes, als wenn ich ihn von vorne anschaue. Wer hat recht? Ja, vielleicht sogar beide Seiten. Und so werden Konflikte immer wieder entstehen, weil wir anders sehen, weil wir anders denken, weil jeder anders ist und jeder eine andere Position hat. Aber in dieser Andersartigkeit können wir einander noch ergänzen und können wir einander helfen. Bitte macht es nicht so, wie auf diesem Bild hier. Der hat Konfliktlösung gemacht. Was hat er gemacht? Er hat seinen Nachbarn in den Mülleimer geworfen. So kann man nicht Konflikte lösen, indem man den anderen einfach entsorgt. Ja, wir haben gelernt, in einer verschiedenen Art und Weise Konflikte zu lösen. Aber letztlich ist es wichtig, dass man sie richtig löst. In dem nächsten Bild, das ich Ihnen zeigen werde, möchte ich deutlich machen, dass Konflikte zu lösen sind und müssen gelöst werden. Warum? Zum Beispiel sehen Sie da einen großen Kreis und in der Mitte einen gelben Punkt. Und dieser gelben Punkt soll also das Problem darstellen, die Krise. Hier scheint es so zu sein, als ob die Krise in Richtung Beruf sich hinschiebt. Es dürfte ein Berufsproblem sein, das er da hat. Aber Sie sehen an diesem Bild eines, und das ist sehr interessant, dass der Konflikt, den der Mensch mit dem Beruf hat, auch seine Erziehung beeinflusst, sein Glaubensleben beeinflusst, seine Ehe beeinflusst, auch seine Gesundheit beeinflusst und alles Mögliche beeinflusst. Also es hat keinen Sinn zu sagen, es gibt keinen Konflikt, die Augen zuzumachen und zu sagen, ich habe kein Problem. Man muss sich dem Problem stellen, denn Probleme werden letztlich mein ganzes Leben betreffen. Und da gibt es Leute, die haben die Gabe, Probleme unter den Teppich zu kehren und zu meinen, dann passt das schon, wir haben das schon gelöst. Andere wieder, die schieben das vor sich hin, aber letztlich ist das keine Problemlösung. Ich möchte Ihnen sagen, wir haben Probleme in dieser Welt, egal wer wir sind und wo wir sind und auch in den besten Familien kommen es vor. Wir müssen nur lernen, konfliktfähig zu sein, die Konflikte kreativ zu lösen. Sie sehen es hier an diesem Bild, bei dem ersten Punkt, das gelbe Pünktchen ist also das Problem, der Konflikt. Was passiert bei dem ersten? Der erste wird durch das Problem, das er nicht angeht, wird er zurückgeworfen. Das heißt also, man stolpert über sein Problem. Man bleibt stehen und manches Mal kommt man in der Familie und in der Ehe nicht weiter, weil man ein Problem nicht gelöst hat. Man kann das totschweigen, man kann das verstecken, aber letztlich wird es uns immer betreffen. Beim zweiten Bild hat einer eine andere Konfliktlösung. Er versucht den Konflikt nicht anzugehen, aber was passiert? Er wird abgelenkt. Er wird in eine andere Richtung geführt. Das Problem, das er nicht gelöst hat, hat ihn dazu geführt, dass er eine ganz andere Richtung einschlägt. Deshalb ist es wichtig, das Problem anzugehen, damit ich dann auch das Ziel erreiche. Und beim dritten Punkt, was macht der? Der geht wie die Katze um den heißen Brei. Er umgeht das Problem und meint, jetzt hätte man es gelöst. Und vielfach muss man erleben, das sind keine Konfliktlösungen. Ich kann sagen, es gibt kein Problem, aber in Wirklichkeit bewegt es uns. Und da möchte ich ganz besonders die Männer ansprechen. Die Frauen sind konfliktfreudiger. Nein, sie lösen gerne oder lieber einen Konflikt. Männer hingegen, die wollen das vor sich her schieben. Und dann passiert folgendes, das ist wie beim Schneescheren, wenn du dann vor dir her den Konflikt schiebst, da wird der Nächste kommen und der Nächste kommen und irgendwann einmal kommst du nicht mehr weiter. Fragt die Frauen, na umgekehrt, fragt die Männer, wie geht es in eurer Familie? Ja, alles okay, alles passt. Fragt die Frauen, da haben wir noch viele Probleme zu lösen. Und ich denke, es ist gut, auch auf die Frauen zu hören, wenn sie sagen, du, ich habe da ein Problem. Und manche Männer wollen da nichts wissen davon und sagen, na, hör mal auf, weil Probleme wollen wir nicht ansprechen. Noch einmal, das Problem ist nicht das Problem. Das Problem ist, wie gehe ich das Problem an und wie löse ich es? Also macht euch keine Sorgen über die Probleme. Die Probleme sind nicht das Problem, sondern die Art, wie man sie löst. Das macht das Problem aus. Und das möchte ich ein bisschen deutlich machen an dieser Grafik, die wir dann zeigen wollen. Wir müssen den Konflikt direkt angehen. Und mir geht es wirklich darum, haben Sie keine Angst, Konflikte zu lösen. Haben Sie keine Angst, Konflikte anzugehen. Denn Konflikte sind dazu da, um gelöst zu werden. Und erinnern Sie sich noch daran an unsere wichtige Erlebnisfrage, dass man durch gelöste Konflikte, die man miteinander kreativ gelöst hat, noch intimer werden kann. Dass man zum Beispiel als Familie enger zusammenwächst, weil man den Konflikt miteinander gelöst hat. Dass man als Ehepaar zusammenwächst, weil man den Konflikt miteinander gelöst hat. Dass man noch intimer wird durch Konfliktlösung. Also direkt angehen und letztlich keine Angst haben vor dem Problem. Es kommt nur auf meine Einstellung darauf an. Als Beispiel möchte ich das erzählen. Wissen Sie, dass man auf dem Wasser Ski fahren kann? Ja, ich habe das selber gemacht. Man muss nur die richtige Einstellung zum Wasser haben. Wenn man die richtige Position hat mit den Skiern und die richtige Geschwindigkeit hat, dann kann man tatsächlich auf dem Wasser Ski fahren. Das ist für mich eine Illustration. Das Wasser ist das Problem. Und jetzt kommt deine Einstellung. Wenn du die richtige Einstellung zum Problem hast, kannst du über dem Problem hinaus wachsen. Du kannst überwinden, sagt uns die Bibel. Oder wenn du eine falsche Einstellung hast, kannst du untergehen und resignieren. Das heißt also, keine Angst vor Problemen, sondern hinein ins Problem, aber mit der richtigen Einstellung. Wir wollen einander helfen, wir wollen das Problem lösen und miteinander schaffen wir das auch. Und so können wir anhand eines Problems noch wachsen, noch intimer werden, noch engere Beziehungen zueinander haben. Also keine Angst vor Problemlösung, keine Angst vor den Problemen. Und ich sage oft den Leuten, die wir auf die Ehe vorbereiten, wenn ihr keine Probleme habt, dann macht euch welche. Das klingt jetzt hart, aber ich denke daran, dass man tatsächlich an Problemen üben kann. Zum Beispiel, wenn ein junges Paar soll spazieren gehen und wenn sie beim Einkaufen ein kleines Kind sehen mit der Mutter und das kleine Kind will unbedingt das haben und das kriegt es nicht, dann haut es sich auf den Boden und strampelt und schreit. Dann spricht miteinander und sagt, wenn das unser Kind wäre, wie würden wir den Konflikt lösen? Also üben, miteinander an diesen Konflikten lernen und so wachsen. Das nächste Bild zeigt uns, wie zwei Eseln miteinander versuchen, einen Konflikt zu lösen. Du hast hier zwei Eseln, die sind miteinander verbunden, rechts ein Heuhaufen, links ein Heuhaufen. Und wenn jeder Esel seinen Heuhaufen fressen möchte, dann geht es nicht, weil die Leine zu kurz ist. Der eine zieht, der andere zieht. Konfliktlösung wie? Na, ganz einfach. Geht beide zu dem einen Heuhaufen und dann könnt ihr miteinander den anderen Heuhaufen lösen. Es geht. Konflikte kann man lösen, wenn man weiß, wie man es macht. Und ich möchte Ihnen heute ein bisschen helfen und ein paar praktische Gedanken geben. Sieben allgemeine Regeln geben, die einmal sehr wichtig waren für mich auch und die mir geholfen haben. Die Regel Nummer eins ist die, dass ich mir sage, ich möchte meine Beziehung nicht zerstören durch einen Konflikt. Das ist meine Grundregel. Dass man sagt in der Ehe, kein Konflikt darf so groß werden, dass er meine Ehe zerstört oder dass wir auseinander gehen. Das lasse ich nicht zu. Ob das jetzt in der Familie ist, dass die Kinder einen Konflikt bringen, dann sage ich mir, den Konflikt lasse ich nicht so groß werden, dass er meine Beziehung zu meinem Kind, zu meinem Nachbarn zerstört oder zerbricht. Also sei erstens bemüht, deinen Bund, deine Beziehung zu bewahren. Du hast dich für deinen Partner entschieden und jetzt egal, was für ein Konflikt kommt, er darf nicht so groß werden, dass ich diesen Bund mit meinem Partner, mit meinen Kindern irgendwie zerbreche. Zweitens. Sei ehrlich bemüht, im Behandeln deines Konfliktes und fair zu sein, ehrlich zu sein. Das ist so wichtig, denn wir sind oft unehrlich und dann wird gelogen und dann wird der Konflikt nur noch größer. Also sei ehrlich bemüht, im Konflikt richtig und wahr und ehrlich zu sein. Drittens. Halte deine Emotionen unter Kontrolle. Dein Ärger darf nicht über, wie soll ich sagen, über die Maßen werden. Wir haben die Aufgabe vom Schöpfer bekommen, unsere Gefühle zu beherrschen. Nicht die Gefühle dürfen uns beherrschen, sondern wir müssen die Gefühle beherrschen. Und ich darf nicht unbeherrscht meine Gefühle ausdrücken. Manche machen das mit Worten, verbal und das tut weh. Es ist oft so, dass ich, was weiß ich, da sagt die Mutter, du bist wie dein Vater, dein Vater ist auch im Irrenhaus gestorben. Ja, das tut wahnsinnig weh, auch wenn sie nachher sagt, das hätte ich nicht sagen sollen, verzeih mir. Aber da ist etwas zerbrochen. Lass deinem Ärger nicht Raum. Und wenn ein Ärger da ist, dann sag zu deinem Partner oder zum Kind, du, einen Augenblick, lass mir jetzt Zeit. Ich gehe jetzt in mein Kämmerlein und jetzt rede ich mit meinem Herrn und dann komme ich heraus und dann lösen wir den Konflikt miteinander. Aber nicht in der ersten Rage, weil wenn du ärgerlich bist, dann wird dein Gesichtsfeld ganz eng und du kannst nicht wirklich zu einer Konfliktlösung kommen. Und dann gehe ich ins Kämmerlein und sage, lieber Gott, ich könnte jetzt meinen Sohn, was weiß ich, in die Wolken schießen. Gib mir die Kraft, dass ich richtig reagiere, dass ich richtig rede. Nimm meine Emotionen in deine Hand. Oft kann ich selber nicht, aber er kann es. Und in der Stille des Gebetes komme ich wieder runter und dann kann ich rausgehen und sagen, Junge, jetzt müssen wir miteinander reden und jetzt müssen wir Konflikt lösen. Ärger darf mich nicht beherrschen. Ich muss den Ärger beherrschen. Und das kann ich durch die Verbindung und durch das Gebet mit meinem himmlischen Vater. Dann ist es ganz wichtig, wähle eine angenehme Zeit, um den Konflikt zu lösen. Manche sagen, du gehst mir jetzt nicht aus dem Haus, das muss jetzt gelöst werden, in diesem Augenblick und zwar sofort. Ist nicht klug. Denn manches Mal bin ich unter Stress und dann kommt noch der Arbeitsstress dazu und ich muss ein bisschen Pause haben. Ich brauche Ruhe, damit ich Konfliktlösung wirklich durchführen kann. Und vielleicht ist es ganz gut, auch einmal eine Nacht darüber zu schlafen und zu sagen, Schatz, wir werden den Konflikt morgen lösen. Aber nicht in den Nimmerleinstag zu verschieben. Manche machen das gerne. Ja, irgendwann einmal werden wir es lösen. Nein, 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 nein. Morgen. Aber morgen machen wir es dann. Wenn du Konfliktlösung machst, fünftens, bleibe beim Thema. Bleibe beim Problem. Nein, zum Beispiel, da hat sie vergessen, den Rasenmäher einzuräumen. Es hat geregnet in der Nacht, er regt sich auf. Warum lässt du den Rasenmäher draußen stehen? Jetzt ist er abgesoffen, jetzt kann ich ihn reparieren. Und sie sagt, du musst reden. Die Hausschuhe finden auch nicht den Weg in den Kasten hinein. Merkt ihr was? Jetzt hat sie zwei Probleme. Den Rasenmäher und die Hausschuhe. Und bitte macht das nicht, weil dann wird es zu viel. Bleibt zuerst beim Rasenmäher. Löst das Problem und dann kommen die Hausschuhe dran. Das ist auch ein Problem. Die müssen wir auch lösen. Aber nicht alles auf einmal. Okay? Bleibe beim Problem. Und sechstens. Höre genau zu und sprich taktvoll. Wir haben von Kommunikation geredet. Und wie oft passiert es, dass man unter der Gürtellinie miteinander spricht. Auch in christlichen Kreisen. Und das darf nicht sein. Wir wollen zuhören, was der andere sagt. Habe ich dich richtig verstanden? Und dann taktvoll miteinander reden. Und der letzte Punkt, der siebte Punkt. Sei bereit zu vergeben und zu vergessen. Wir haben die Kraft aus dem Glauben heraus, weil Gott uns auch vergibt. Und alles ins Meer der Vergessenheit wirft. Dass auch wir bereit sind zu sagen, ich vergebe dir. Oder entschuldige bitte, verzeih mir. Und dann wirklich auch ins Meer der Vergessenheit zu werfen. Manche haben da in ihrem Herzen so eine Tasse. Und da legen sie alles hinein. Und sie sagen, das werde ich mir merken. Das vergesse ich dir nie. Warum? Um beim nächsten Konflikt es wieder hervorzuholen. Ja, aber du hast damals auch. Und das ist nicht gut. Vergeben heißt, die Tasse auszuleeren. Und wenn ich wirklich vergeben habe, dann ist es immer das erste Mal, wenn ich es wieder gemacht habe. Ansonsten habe ich nicht wirklich vergeben. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das als Christen tun können, weil ja Gott auch uns vergeben hat. Und wir möchten gerne, dass wir diese Liebe auch anderen weitergeben. Und jetzt sage ich, machen wir mal ein ganz einfaches Thema. Wenn ihr kein Problem habt, dann macht euch welche. Übt an solchen Konflikten. Warum? Weil solche Konflikte ohne Emotionen sind. Und wenn die Emotionen noch nicht dabei sind, kann man leichter den Mechanismus einer Konfliktlösung üben. Zum Beispiel setzt euch hin und sagt, jetzt nehme ich ein Ehepaar her, die haben einen Konflikt. Versetzt dich in die Lage, du bist eine junge Mutter, möchtest raus aus dem Haus, die Decke fällt dir auf den Kopf, sie kann nicht mehr immer nur daheim sein, sie möchte ein Seminar besuchen, aber das ist sehr teuer. Du bist ein Sparmeister als Mann, siehst nicht ein, warum sie da jetzt da hinaus muss und ein Seminar besuchen muss. Erstens einmal und zweitens ist es zu teuer. Jetzt habt ihr einen Konflikt. Okay, und jetzt setzt euch hin und versucht ihn zu lösen. Übt das. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man fähig wird, Konflikte richtig zu lösen und richtig anzugehen. Wie macht man das? Und jetzt bitte ganz wichtig, diese sieben Punkte möchte ich jetzt ein bisschen genauer besprechen. Wie mache ich das? Jetzt stellt euch vor, ihr habt euch Zeit genommen, ihr sitzt jetzt am Tisch, und jetzt sagt ihr, okay, wir lösen jetzt diesen Konflikt. Braucht ein bisschen Zeit, aber es geht. Erstens, beschreibe das Problem aus beiden Blickwinkeln. Das heißt also, jeder darf von seiner Seite aus sagen, wie er das Problem sieht und warum er das als Problem sieht. sagt, bitte lasst den anderen aussprechen. Nicht unterbrechen. Wenn sie drankommt, dann soll sie das von ihrer Seite aus besprechen. Und er schweigt und ist still. Ja, manches Mal möchte man unterbrechen, weil man gerade was als Idee hat, um es nicht zu vergessen. Schreib es dir auf. Wenn du drankommst, dann darfst du es sagen. Aber während der andere redet, lass ihn reden. Er darf einmal von seiner Seite aus das Problem darstellen. Und du, horch bitte gut zu. Denn sonst kommst du nicht zum Punkt 2. Wenn der andere ausgeredet hat, dann kommst du dran. Dann darfst du es von deiner Seite aus erklären. Und darfst sagen, du, ich sehe das so und so und so. Und so versucht man einmal das Problem aus beiden Blickwinkeln auf den Tisch zu legen. Und das ist einmal ganz wichtig. So, jetzt liegt es am Tisch. Jetzt kommt der Punkt 2. Bringe zum Ausdruck, an welchen Punkten ihr einander zustimmt. Wir machen es in unseren Streitkulturen meistens so, dass wir ausdrücken, wo wir nicht zustimmen. Und dann kommen wir nie zu einem grünen Zweig. Sondern drücke aus, wo du den anderen verstehst. Deshalb musst du bei Punkt 1 gut zuhorchen. Ich kann dich verstehen. Das kann ich nachvollziehen. Wichtig, weil man so aufeinander zugeht. Und durch das Aufeinander zugehen kann man dem anderen richtig verstehen. Wenn du ausgedrückt hast, an welchem Punkt du den anderen verstehst und zustimmst, dann darfst du andere machen. Und wenn ihr diese Zustimmung einander gegeben habt, dann kommt der Punkt 3. Und jetzt Achtung, nehmt kleine Zettelchen und es wäre schön, wenn man so 4, 5 Zettelchen hat. Jetzt kann jeder von sich aus eine mögliche Lösung auf ein Zettelchen schreiben. Pro Lösung ein Zettel. Und jetzt kann jeder wertfrei einmal eine mögliche Lösung auf ein Zettelchen schreiben und dann legt er es bitte verkehrt auf den Tisch. Das hat seinen Sinn. Denn wenn du deine Lösung aufschreibst und der andere liest, sagt er gleich, na das geht nicht, das brauchst du gar nicht herlegen. Schreib deine Lösung auf, was du meinst, dass es möglich ist. Aber leg es verkehrt auf die Tischmitte. Und so liegen jetzt am Tisch verkehrt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zettel. Und wenn dir noch eine Lösung einfällt, eine mögliche Lösung aufschreiben, wieder drauf. Und wenn ihr jetzt genug, und das ist ja Punkt 3, Lösungen zusammengetragen habt, ohne Diskussion, es wird nicht darüber geredet, es wird einfach nur gesammelt, dann kommt der Punkt 4. Der ist jetzt wichtig. Sage, wo du bereit bist, etwas einzubringen, etwas zu ändern, um zu einer Lösung zu kommen. Eine Brücke baut man immer von zwei Seiten. Ja? Und jeder muss ein bisschen etwas einbringen. Und am Ende wird es ein Kompromiss werden. Das ist ganz klar. Vielfach sind Konfliktlösungen auch kompromissbereite Dinge. Wo ich sage, ja, ich kann das verstehen, weil ich ja bei Punkt 2 ausgedrückt habe, wo ich dich verstehe. Und da würde ich einsetzen. Und du sagst von deiner Seite aus, wo du bereit bist, etwas zu ändern und etwas einzubringen, um zu einer Lösung zu kommen. Und wenn das jeder getan hat von seiner Seite aus, das ist sehr wichtig, weil oft wird nur der andere von ihm erwartet, dass er sich ändern muss. Aber das geht nicht. Wir müssen beide aufeinander zugehen. Dann kommen wir zum Punkt 5. Jetzt können wir die beste Lösung zusammenfassen. Jetzt könnt ihr die Zettel auflegen und ich garantiere dir, dass eines dieser Zettelchen eine mögliche Lösung ist, die ihr finden werdet. Ihr könnt euch dann entscheiden, weil ihr gesagt habt, ich bin bereit, das oder das einzubringen. Und dann kann eines dieser 5 Zettelchen, die auf dem Tisch liegt, die jetzt umgedreht werden, zusammengefasst werden oder vielleicht 2, die zusammenpassen. Das ist unsere Lösung. Und ich habe das immer noch erlebt, das funktioniert wirklich. Macht das einmal so schulmeisterlich. Geht einen Punkt nach dem anderen durch und das Problem ist nicht das Problem. Man löst es miteinander. Sechstens, bitte Gott um Hilfe, dass er euch hilft, die Entscheidung, die ihr jetzt getroffen habt. Ja, ich bringe das ein, er bringt das ein und das wollen wir jetzt machen, auch in die Tat umsetzt. Und er wird euch die Kraft dazu geben. Und dann kommt siebentens, und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Überprüfe dich selber und belohne den anderen. Wir machen es meistens umgekehrt. Wir überprüfen den anderen, ob er das gemacht hat. Und wenn er es nicht gemacht hat, dann wird kritisiert. Nein, wir überprüfen uns selber. Habe ich das gemacht, was ich gesagt habe, das ich einbringen werde? Und wenn ich merke, dass der Partner es auch gemacht hat, dann kriegt er Wertschätzung. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das miteinander tun. Also, kreative Konfliktlösung. Es ist kein Problem, das Problem. Wir können diese Probleme wirklich lösen und es ist schön, miteinander Konflikte zu lösen, weil man dadurch noch enger zusammenwächst. Ein nützlicher Hinweis, es gibt für jedes Problem eine Lösung. Auch wenn du es vielleicht momentan noch nicht siehst, denn es gibt ja noch einen anderen, der dir auch noch dabei hilft. Und das möchte ich euch jetzt ein bisschen zeigen. Da bin ich und da bist du. Und wir beide können miteinander und das geht so lange gut, solange du das machst, was ich denke oder ich mache, was du sagst. Das ist unsere Beziehungsebene, die ganz gut funktioniert. Aber in dem Augenblick, wo du einmal nicht das machst, was ich will oder umgekehrt oder wenn wir da einen Konflikt haben, ein Problem haben, eine Krise haben, dann wird das eine Mauer. Und es kann sogar sein, dass ich da nicht mehr weitermachen möchte und da stehenbleibe und sage, es hat keinen Sinn. noch einmal, lass das Konfliktfeld nicht so groß werden, dass du irgendwann einmal sagst, ich gehe, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, sondern löse ihn so schnell wie möglich. Und wenn du den Konflikt löst, dann wirst du auch wieder die Beziehung zum Du aufbauen können. Aber manches Mal kann es sein, dass das ein Berg wird, ein großer Berg wird. Und ich zeige euch jetzt, wie man Berge versetzen kann. Durch den Glauben. Wir können Berge versetzen. Wir dürfen nur nicht vergessen, und jetzt erinnere ich uns an das Beziehungsdreieck, dass es da noch eine dritte Person gibt und die ist unser Gott. Und in dem Augenblick, wo ich jetzt anfange, mit Gott in Verbindung zu treten und zu sagen, lieber Gott, hilf mir. Ich sehe da keinen Weg, mehr. Ich sehe keinen Weg zum Anderen mehr. Ich sehe keinen Weg zum Kind, zum Nachbarn, wer auch immer das ist. Dann wird Gott mir helfen, einen anderen Weg zu finden, über den Glauben zu ihm zu finden. Und so kann ich Berge versetzen. Wenn das der andere auch noch macht, dann finden wir wieder zueinander und haben dann sogar die Möglichkeit, diese Berge zu versetzen und zu lösen. Also dieses Beziehungsdreieck ist wirklich eine große Hilfe, dass wir den Schöpfer mit einbeziehen und durch ihn die Kraft bekommen, Konflikte zu lösen. Noch ein kleiner Gedanke zum Streiten. Wie reagierst du auf Streit? Manche machen es so, wie der am Bild hier. Das ist ein Feuerwehrmann, der mit Feuer löschen möchte. Und so passiert es sehr oft in der Streitkultur der Familie. Wenn ich da hineinschaue in Familien, da wird nur noch Öl ins Feuer gegossen, anstatt dass man richtig löscht. Was macht zum Beispiel Öl ins Feuer? Die erste Frage, wenn man streitet, sollte man sich stellen, ist es das Problem überhaupt wert? Manche streiten sich um das Kaisersbad. Und da wird so vieles gestritten um Kleinigkeiten. Weil die Zahnpasta in der Mitte ausgedrückt wird und nicht hinten. Weil die Spritzer von der Zahnpasta am Spiegel sind. Oder weil die Haare den Ausguss verstopft haben. Ja, das ist alltägliches Problem in der Familie. Und der Klodeckel ist noch ein größeres Problem. Bitte, ist es das Problem überhaupt wert? Ja, wenn es wert ist, dann kann man darüber streiten. Aber bitte vorher überlegen, hat es überhaupt einen Sinn? Zahlt sich's aus. Zweitens, wenn ihr dann streitet, bitte bleibt beim Thema. Wenn es um die Zahnpasta geht, dann bleibt bei der Zahnpasta und sprecht nicht über andere Dinge. Ein Thema nach dem anderen. Viertens, bitte vermeidet Prophezeiungen. Was sind Prophezeiungen? Ich habe dir das immer schon gesagt und wenn du das machst, dann wird das und das passieren. Das regt den anderen nur noch mehr auf. Warum? Weil du kein Prophet bist, oder? Hast du die Gabe der Prophetie? Und das tut weh und das ist Feuer ins Feuer oder Öl ins Feuer. Andere machen es wieder so, dass sie schweigen. Sie machen die Tür zu und gehen. Das ist tödlich für jede Beziehung. Wenn du einen Streit hast, dann sollst du dich auch damit beschäftigen und nicht die Tür zu machen und ohne Worte gehen. Oder du kannst wenigstens sagen, Schatz, ich brauche jetzt eine Viertelstunde, ich gehe jetzt spazieren und dann komme ich wieder und dann können wir das Problem lösen. Okay, das geht. Aber nicht sagen, die Tür zuwerfen, vielleicht sogar noch mit einer Körpersprache so rum. Was ist los? Wirst du wiederkommen? Das ist furchtbar. Also, vermeide das Schweigen. Und dann noch etwas Wichtiges. Wenn ein Problem, dann attackiere das Problem und nicht die Person. Mach einen Unterschied zwischen dem Rasenmäher und deiner Frau. Oder zwischen dem Raucher und dem Rauchen. Wenn ich das Rauchen angreife, dann soll ich den Raucher nicht angreifen. Es ist wichtig, dass ich das Problem bespreche, aber es trenne von der Person. Dann hilft mir das. Und dann noch etwas. Keine Verallgemeinerungen. Bitte. Keine Verallgemeinerungen. Was sind das für Themen? Ja, das habe ich dir immer schon gesagt. Nie machst du das. Alle machen das so. Und jeder und keiner und nie. Das stimmt nicht. Du hast es noch öfter gesagt, aber nicht immer gesagt. Also das tut nur noch mehr weh und das bauscht den Konflikt noch weiter auf. Also, keine Verallgemeinerungen. Und dann noch etwas. Biete neben der Kritik auch Lösungsmöglichkeiten an. Denn manche kritisieren nur und es geht ihnen nur ums Kritisieren. Aber ich nehme gerne eine Kritik an von jemandem, der mir auch eine Lösungsmöglichkeit anbietet. Merke, und das ist der nächste Punkt, andere sind einfach anders. Und jeder sieht etwas anders. Und jeder fühlt anders. Jeder denkt anders. Und wenn wir das akzeptieren, dann wird uns das schon sehr, sehr viel helfen in unserer Streitkultur. Letztlich sei demütig. Demütig heißt, Mut zum Dienen zu haben. Und zu sagen, lieber Gott, gib mir die Kraft, still zu sein und nicht unbedingt immer das letzte Wort zu haben. Du musst nicht immer das letzte Wort haben. Und so brauchen wir diese Liebe, die uns hilft, dann auf den anderen einzugehen, den anderen zu verstehen und miteinander dann kreativ Konflikte zu lösen. Die Liebe, sagt die Bibel in 1. Korinther 13, deckt und duldet alles. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir die Liebe Gottes in Anspruch nehmen, dann gibt es kein Problem, das so groß ist, dass man es nicht lösen könnte. Petrus sagt, die Liebe deckt der Sünde Menge. Das heißt nicht, dass man nicht Probleme ansprechen darf, sondern das heißt, dass man die Probleme lösen kann und dass man diese Problemlösung dann dazu verwenden kann, noch liebevoller zueinander zu sein. Die Liebe vergibt und setzt wieder einen Neuanfang und ich kann wieder von vorne anfangen und ich habe mein Glas ausgeleert und jedes Mal, wenn es wiederkommt, ist es das erste Mal. Und letztlich ist die Liebe auch bereit, dem Feind Gutes zu tun und zu segnen. Und ich sehe immer wieder, dass das Christentum zuerst einmal in der Ehe und in der Familie gelebt wird. Deshalb zeig mir deine Familie und ich sage dir, wer du bist. Denn der Glaube wird nicht in der Theorie praktiziert, sondern in der Familie und in der Ehe, wo man miteinander kreativ auf Probleme eingeht. Das für heute. Das nächste Mal kommt dann ein ganz wichtiges Thema noch, Finanzmanagement. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir gerade auch heute noch durch das Gebet Kraft bekommen, Krisen zu lösen. Und jetzt wollen wir noch miteinander beten. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir. Wir danken dir, dass du der Geber der Liebe bist und dass wir dich bitten möchten, Herr, geschenk uns diese vergebende Liebe, die auf den anderen zugeht, die bereit ist, die Wahrheit auf den Tisch zu legen und Probleme und Schwierigkeiten zu lösen. Lass uns konfliktfähig sein. Gib uns die Liebe zum anderen, dass wir ihn verstehen, dass wir uns hineinversetzen in seine Person, dass wir auf ihn zugehen und gib uns die Kraft, die Gemeinsamkeit, das gemeinsame Lösen zu erleben. Und so segne du unsere Familien und unsere Ehen. Dies bitte ich dich im Namen Jesu. Amen.